Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Jetzt willkommen zurück zu Borderland 2 mit der Lizzie. Hallo, ihr Lieben. Hallo. Hallo. Und? Ich muss mal gerade hier hin. Aber nicht in die Ecke machen. Gut. Das wird wehtun. Das wird wehtun. Ich stell dir sein Geschütz auf. Falsche Taste. Beeil dich, Clip-Trap ist hier. Ja. Nett. Wieso kriegst du so gute Sachen? Und wenn ich einen Schlüssel benutze, kriege ich so einen Scheiß. Ich habe übrigens jetzt noch 95 goldene Schlüssel. Wo hast du die her? Und regt sich über meine Zähne auf. Wo hast du die her? Das ist geheim. Hast du heimlich gespielt? Nein. Nein. Rede. Die Leute wollen das wissen. Los, wo hast du es her? Wo hast du es her? Wo hast du es her? Ich habe da mal gesagt, dass mir ein Kumpel ein paar Internetadressen gegeben hat, wo man diese Codes kriegt. Ja. Ach so. Ja. Da habe ich die mir hergeholt. Ist ja wohl nicht wahr. 95 Schlüssel. Also ich hatte 96. Das habe ich einmal aufgemacht. Och, jetzt hast du nur noch 95. Das tut mir leid. Ja. Scheiße. Bitte einmal ihn bemitleiden. Ja, bitte. Du hilfst mir und ich bezahle dich. Ganz einfach. Diese Mission bietet einfach alles. Gewalt und Pizza. 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 Die Mikro-Taten-Versuchsobjekte sind aus dem Hyperion-Reservat entwescht. Es wäre zwar amüsant zu beobachten, wie sie versuchen, sich wieder in die Gesellschaft einzugliedern, aber sie müssen getötet werden. Du musst sie irgendwie herauslocken. Begib dich zu Moxi und hol Köder, die ich geordert habe. Okay. Okay, Tennis. Machen wir. Spielen wir ein bisschen Tennis. Äh, der alte Witz. Moxi ist doch hier in der Stadt, oder nicht? Die war mal da hinter der Theke. Ja, genau. Da können wir gleich hingehen. Ich muss erst mal gucken, wie die Steuerung wieder geht. Warum hat jedes Spiel eine andere Steuerung, verdammt? DASD laufen. Cool. Warum erfahre ich das jetzt erst? Eine Pizza belegt mit Marshmallows, Sardellen und versteckten Andeutungen. Sardellen. Gut. Die Entflohnen finden aus irgendwelchen Grünen Pizza unwiderstehlich. Du wirst sie damit herauslocken und dann töten. Okay. Wie gemein. Moment, was hat es so Hämmerlocken? Alle Lebewesen sind schön, sogar die Widerwerte. Und für wahr, du bist der Richtige dafür. Hast du von diesen Insektenviechern namens Varkids gehört? Nein. Es heißt, diese Mücktanten, kleines Wortspiel, wenn du verstehst, Morphen, wenn sie genügend Schaden nehmen. Könntest du bitte diesen Evolutionsinjektor nehmen? Hä? Mordsmorpherei. Mann. Ausgezeichnet. Ich lege, dass du ein paar Warkids zum Morphen zwingst. Gib ihnen eine Injektion, während sie verpuppt sind. Ihhh. Das klingt irgendwie eklig. Ich kann mal auf die, auf die Map, die Map gucken. Okay, wir müssen auf jeden Fall raus. Wir müssen raus. Wir müssen raus. Welcher Gamer geht schon gern raus? Das geht gar nicht. Lass uns hierbleiben. Wir können alles online machen. Trump hat uns jetzt rausgeschmissen. Nee, der hat eine Mauer gebaut. Wir kommen jetzt nicht mehr raus. Ach so. Wir kommen da nicht mehr rein wahrscheinlich. Oder das, ja. Lauf. Ach, was laufe ich eigentlich? Du brauchst doch nur eine Reise zu initiieren. Ja, richtig. Fight back. Join the resistance. Da gibt es ein tolles Lied von Muse, was ich gerade nicht zitieren kann, weil mir das nicht mehr einfällt. Hm. Fällt mir jetzt nicht zu ein. Ach so. Wir müssen gleich noch einen Kundenwunsch, wollte ich gerade sagen. Ein Kundenwunsch. Zuschauerwunsch. Okay. Ein Zuschauerwunsch erfüllt. Hat einer deiner Kunden einen Wunsch geäußert? Ja. Und zwar der Wunsch, dass du dich mal drehst. Ich soll mich drehen? Ja. Ach so. Warte, ich gucke. Okay. Warte, Moment. Was muss ich tun? Nach oben, nach unten? Ich gucke mal nach oben. Ich soll mich drehen. Ja. Okay, ich dreh mich. Ja. Geht das so? Okay. Jetzt bück dich. Was? Oder duck dich. Duck dich, wir gehen das nochmal. Ich kann das nicht mehr. Doch, mit C geht's. Okay. Und dreh dich. Ich fühle mich so schmutzig. Wie kommt das? Okay. Okay. Yeah. Wie geil. Hinter dir ist ein Selbstmord-Psycho. Ich hoffe, der Herzog ist befriedigt. Ach, der Herzog. Alles klar. Schöne Grüße. Ich hoffe, ich habe mich gut gedreht. Boah, guck euch diese Headshots an. Okay, das war keiner. Der kann noch reden, während er tot ist. Okay. Okay, wir müssen da oben raus. Ein Wunder. Ähm, warte, ich guck mal eben andere Quests. Ja, mach das. Äh, wo sind die denn? Da. Nee, das ist die Map. Ah! Äh. Wir haben so viele Quests. Ja, eine nach dem anderen, würde ich sagen, ne? Ja, aber welche? Weiß ich nicht. Was ist am dichtesten dran? Ja, genau, das gucke ich gerade. Da müssen wir da oder da raus. Gucken wir, ob wir irgendwas hier machen. Warte mal. Äh, Three Horns Divide. In Memoriam. Ich habe mal deinen eigenen Tod vorgetäuscht. Kneffliche Sache. Ich habe es vor ein paar Jahren gemacht, um Hyperion abzuschütteln. Aber irgendein Bandit ist mir anscheinend auf die Schliche gekommen. Wenn du ihn nicht ausschaltest, erzählt der Hyperion alles, was er weiß. Mhm. Okay, irgendwas so. Wir nehmen erst mal ein Auto. So. Okay. Ah, nein. Ich drücke mal auf die falschen Knöpfe. So. Wir müssen jetzt Ball besiegen. Ich möchte jetzt auch mal hier einen Fasswerfer haben. So. Okay. Fahrzeug spawnen. Haben wir denn noch einen Fasswerfer? Ich habe jetzt nur den Sägeblattwerfer. Den habe ich jetzt. Ich habe jetzt einen Fasswerfer genommen. Ah, okay. Gute Kombo. Hui. So, dann gehen wir Ball besiegen. Ja. Den Ball besiegen. Den Ball besiegen. Das ist unser Umfeld. Ball. Okay. Nee, nee, nee. Oh, warte. Nee. Du sagst nee? Nein, das soll schon Autogeräusch sein. Ach so. Manu. Wo müssen wir denn nach hinten? Müssen wir hier unten hin? Weiß ich nicht. Uh. Müssen wir? Ist das richtig? Bist du richtig? Ich, äh, nein. Okay. Aber es ist ja ganz in der Nähe. Was sagt denn die Karte? Ja, aber das ist auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite? Ja. Oder nicht? Ich muss erst mal wieder hier rauskommen jetzt. Ist das nicht hier? Huch. Hilfe, wo bin ich? Hier ist es. Müsste es sein. Ich glaube, hier ist es. Du kannst mich porten zu dir. Wie geht das? Come on. Leider gar nicht. So, hätte es ja sein können, dass ich irgendwas noch nicht verstanden habe nach der ganzen Zeit. Hier, hu, kannst du mich sehen? Ja, ich muss ja aus diesem Tunnel wieder raus. Ach so. Das ist das Problem. Tja. Das Problem, das ich habe in meinem Leben. Ich will jetzt auch nicht. Ich komme ja nicht mehr raus. Du fährst irgendwie unter mir auch lang, aber ich warte jetzt einfach mal hier, weil da sind nämlich schon wieder Schneeskacks sind hier und ein stechender Kaktus. Da kommt man dann dahin. Ganz einfach. Hier lang. Ach, hier? Hier. Ach, hier. Ah, okay. Ja, das war ja einfach. Ja. Ach, Banditen sind auch noch da. Die verstehen sich mit den Skacks. Ach, das ist schon. Ach, Ball heißt der. Ich dachte Ball. Also Ball. Ich bin wohl verlegen. Vielleicht ist er ja Ball, auch wenn man es anders schreibt. Ball. Ach, der ist schon verbrannt. Okay. Was ist denn das für einer? Ah, krass. Ich kenne mich. Oh, 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 oh. Aber ich stehe schon wieder. Gut. Wo bist du denn, du Mistkerl? Ach, das ist Ball. Der ist das. Alles klar. Der war es. Ah, okay. Tote Briefkasten? Tote Briefkasten? Ich denke, sie ist so überstark und mächtig. Warum macht sie das nicht selber, verdammt nochmal? Ja, ich weiß es nicht. Wir sind doch... Ich glaube, da hängt das Echo. Ja, ich sehe es blinken. Irgendwas abgeschossen. Okay. Ist da vielleicht das Echo dran? Oh, ja. Nette Bude. Hier wird dich Hyperion nicht finden. Danke, ja. Ich finde es auch schön... Grausig? Gemütlich, wollte ich sagen. Du hast verkohlte Banditenleichen am Eingang festgebunden. Leichen haben was Gemütliches. Wie damals in unserer Bude in New Haven, bevor... Ich gehe dann mal wieder. Sehr feinfühlig, Lilith. Oh, oh. Okay. Wir haben Beziehungsprobleme. Oh, ja. Sollen wir zu Fuß laufen? Ist das schneller? Ja, ja. Okay. Na gut. Ich habe jetzt keine Lust, ein Auto zu holen. Die Autos stehen doch da hinten noch. Nee, nee. Okay, okay. Die sind weg. Achso, die sind weg. Die sind despawned, alles klar. Ja, genau. Okay, dann laufe ich dir mal hinterher. Ich bitte drum. Ich werde dir mal in dem Fall recht geben. In dem Fall? Ausnahmsweise. Ja. Ich kann mich ja hier nicht so nachgiebig zeigen, ne? Das geht ja gar nicht. Wir sind Skaks. Ich habe das Echo. Wir sind aber über Skaks. Skaks. Wo brennst du denn schon wieder? Ich, ich habe jemanden verflüssigt. Wie bitte? Ich war jagen und habe was von diesem Eridiumzeug gefunden. Und einer von diesen irren Kultanhängern hat mich gesehen. Ich habe ihn verfolgt und geschnappt. Und da hat er sich einfach verflüssigt. Es war Wahnsinn. Keine Ahnung, ob das mit der Öffnung der Kammer zu tun hat. Oder weil ich eine Sirene bin. Oder beides. Aber dieses Eridiumzeug ist der Hammer. Du siehst ziemlich blass aus. Ja, ich bin ein paar Mal umgekippt. Aber das könnte eine Riesensache sein. Okay, aber warum schickst du kein Echo? Warum rufst du mich hier raus und gehst das Risiko ein, dass Hyperion herausfindet, dass du immer noch für die Crimson Raiders arbeitest? Äh, ähm, weil ich, äh, also du, äh, wie geht es dir denn so? Ich glaube, ich gehe da mal wieder. Okay. Toll, und er rennt immer weg. Sie will reden, er rennt immer weg. Grundsätzlich. Wo genau müssen wir? Okay, dann nehmen wir das Auto. Wir laufen da eh gerade, also ich laufe gerade zu den Autos. Ich weiß nicht, was du da hinten schon wieder machst. Ah, Mann, ich frag noch mal, ne? Brauchen wir die Autos? Nein, brauchen wir nicht. Nein. Ja, jetzt, jetzt brauchen wir die Autos. Jetzt brauchen wir die Autos. Ja. Jetzt ist es weit weg. Ja, inzwischen sind die Autos auch weit weg. Ja, ich bin nun mal nicht schneller. Entschuldige bitte mal, ich habe kein Auto. Ich wollte ein Auto nehmen. Hätte ich das Auto genommen, oder hätten wir das Auto genommen, wäre ich schneller gewesen. Hör auf, mit Sägeblättert auf mich zu schießen. Meinst du, ich sehe das nicht? Okay, wir sind an einem Punkt in unserer Beziehung gekommen. Ich wollte dir nur die Fingernägel schneiden. Ach so. Ah, ne Maniküre, alles klar. Ja, ja, fein, pass mal auf. Ich habe ein paar wunderbare Substanzen hier im Fass. Ja, ich muss weg. Voll drüber gebrettert. Voll drüber gebrettert, genau. Aua. Spinst wohl. Guck mal, ich kann auch was schmeißen. Nee, nee. Äh? Fantastisch. Aua. Ich habe auf den Skugg gezielt. Oh, ist aber der Brett hat sich über mich rüber. Ich glaube es ja wohl nicht. Großartig. Ich hänge. Ich hänge. Okay, ich amüsier mich hier mit dem Skugg so lange. Ich habe einen Hänger. Was hängt bei dir? Alles. Ich bin alt. Oh Mann. Wo bist du denn? Ach, jetzt ist er hier auf einer anderen Seite. Alles klar. Auf einmal. Ich bin ja nicht irgendwie vorher, habe ich versucht, fünfmal darüber zu kommen oder so. Ja, eine Quest nach der anderen sozusagen. Warte, den Rest machen wir so. Alles klar. Au. Was ist denn da für eine Waffe denn? Was fliegt denn hier so rum? Oh, dein Auto brennt. Aha, danke. Bei mir brennt es zwar nicht, aber ist egal. Ach so. Dann hast du wohl nichts, äh, Wesentliches erwischt. Haben wir jetzt alle hier? Kann ich jetzt aussteigen? Ja, ja, steig mal auf. Uh. Mann, bin ich sportlich. So steige ich übrigens morgens auch aus dem Bett, will ich nur mal eben sagen, ne? So, ich glaube, ich springe mal. Okay. Tschüss. Otto. Alles klar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hast du das überlebt? Ja, ja, natürlich. Ja, natürlich, sacht er. Es gibt da, glaube ich, kein oder sehr wenig Fallschaden. Okay, ich weiß nicht, ich traue dem Ganzen nicht so ganz. Spring. Nein, ich will nicht. Spring. Ich spring. Ich habe Höhenangst. Hilfe mit den Raks, Hilfe, Aua. Aua. Du brauchst Hilfe? Ja, ich treffe die Raks nicht. Oh, die Waffe ist so dämlich. Ich will eine andere Waffe, verdammt nochmal. Die ist so doof, die Waffe. Nicht so doof? Ja, ich will die nicht mehr. Das ist bestimmt, wir müssen bestimmt irgendwie nach oben. Bist du auf den Rohren? Ich bin auf den Rohren, ja. Sehr gut, guck mal da oben nach dem Echo. Das ist bestimmt da oben. Hier ist die Kiste. Au! Mein Scheißrack. So. Hm. Ich glaube, hier unten ist nichts, so wie ich das sehe. Und wir sind ja in dem Gebiet hier drin. Okay. Ich müsste also irgendwo, ich gehe davon aus, dass es da oben ist. Aber diese Scheißviecher. Ja, es ist hier. Warte. Okay, sehr gut. Ich muss ja eben einmal rüberkommen. Achtung. Jack hat sie wohl im Schnee einfach ihrem Schicksal überlassen. Die Raiders könnten Hilfe gebrauchen, du solltest sie finden. Noch ein Kammerjäger, was? Mal sehen, ob ich ihn auf meinem Rückweg nach Sanctuary per Echo erreiche. Gut. Du kannst jetzt gehen. Was? Ich bin doch gerade erst gekommen. Ich bin ein bisschen im Stress, weil ich einen Einfraukrieg gegen die Tundra-Banditen führe, damit du Jack jagen kannst. Aber wenn ihr nach Gesellschaft isst, lasse ich den Firehawk-Kram sein und lasse die Bloodshots Sanctuary überrennen. Nein, nein, du hast natürlich recht. Sicher? Ich könnte uns Kakao machen. Wir könnten über Jungs quatschen. Ich melde mich, wenn ich den Kammerjäger gefunden habe. Pyjama-Party. Tut mir leid. Das, sorry. Kannst du mit dem Auto hier runterkommen? Ich bin nicht mehr oben. Achso. Da müssen wir laufen. Jetzt die Frage, gehen wir die Quest ab oder machen wir direkt die nächste? Es sei denn, ich komme jetzt hier wieder hoch. Ich probiere es mal eben. Aber ich glaube eher nicht. Warte. Oh, guck mal an. Ich weiß, aber ich komme da nicht mehr hoch. Also von daher ist es eh egal. Ah, okay. Schade. Das ist zu hoch. Das ist zu hoch für mich. Ich verstehe das nicht. Oh nein. Ich bin nur eine einfache Frau. Endlich sagt es mal jemand. Ja. Wir schmeißen hier schon wieder. Und die Waffe ist doof. Ich will eine andere. Ich will eine geile Waffe. Ich will auch eine andere. Wir gehen gleich nach Sanctuary und machen nochmal Kissen. Ich kriege mit meinen Goldschlüssel nur doofe Waffen. Nein, das ist ja Zufall. Ja, dann habe ich aber immer einen scheiß Zufall, verdammt nochmal. Okay, ich teleportiere mich zu meinem Fahrzeug, was hier oben steht. Okay. Wie geht das? Da ist nämlich eine Catch-a-Ride-Shop. Achso. Ja, okay. Mach ich auch gleich. Aber jetzt ist der Bullimon hier nach oben gesprungen. Verschwinde. Töte ihn. Versuche ich gerade. Uah! So, Gott, sind das Kackwaffen. Mann. So. Kackwaffen. 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 Das ist wahrscheinlich auch eine blöde Waffe. Lauf. Au. Lauf. Lauf schneller. Aber hier ist doch kein Catch-a-Ride. Verdammt, da oben war Catch-a-Ride, ne? Oh, Mädel. Mann, hör auf der... Ich werde verfolgt hier von einem blöden Bullimon-Balk. Ja, einfach weitergehen. Oder warte, ich initiiere eine Reise, dann bist du gleich eh wieder bei mir. Ja, musst du nicht. Ich renne da jetzt sonst hoch. Kein Problem. Wo soll ich denn hin? Initiiere bitte keine Reise, wenn du nicht weißt, wo du hin willst. Lauf, Mädchen, lauf. Oh, au, i, a, u. U, i, u, a, a, jing, jang, wala, wala, bing, bing. Ja, lauf. Lauf, du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es. Ich glaub an dich. Belaste dich dein vieles Geld. Total. Ich hab so viel Geld, mich belastet das megamäßig. So, ich bin aber jetzt da und initiiere eine Reise. Ja, versuch mal. Guck mal, ich will ein bisschen Muni mitnehmen. Ah, du bist in einem Menü. Was? Kann gar nicht sein. Ja, okay, mach. Geh raus auf dem Menü. Ich bin raus. Ich bin raus. So, basta. Ich bin raus. Da kocht ihr uns hier ein Drei-Gänge-Menü, ey. Ja, mit lecker Nachtisch. Lecker Tiramisu hinten dran. Oh. So, und ich würde sagen, wir beenden hier die Folge. Was heißt das? Wir brauchen eine mit Feuerschaden oder meint der Waffen allgemein damit? Nein, eine Waffe mit Feuerschaden. Oh, hab ich eine? Weiß ich gar nicht. Ich glaub, meine macht Feuerschaden, so wie die aussieht. Ja. Okay. Dann bin ich ins Einer. Sieht auch so rot aus, also so orange. Das kann sein. Ich weiß gar nicht, ob die das macht. Guck doch her. Macht die Feuerschaden. Mach ich ja jetzt auch. Sehr effektiv gegen Fleisch. Ja, macht sie. Macht sie. Monstrous Snyder. Okay. Snyder. 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 00 Snyder. Genau. Okay, dann werden wir die Folge an dieser Stelle. Ich muss sogar mal gucken, ob ich Frames in der nächsten Zeitung besser hinkriege. Ich danke euch sehr fürs Zusehen und wir danken euch sehr fürs Zusehen. Ja, tun wir. Ja, okay. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, Jan. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss.